Notfallapotheke für Hunde Eine Sache in der Notfallapotheke für Hunde sollte auf keinen Fall fehlen. Ein Minute Tierliebe! Das Juwel Vital, früher auch Kräuterjuwel genannt, gehört meiner Meinung nach in jede Notfallapotheke für Hunde. Es kann durchaus bei Durchfall, Erbrechen, Zwingerhusten, Halsentzündungen und stark blutenden Wunden eingesetzt werden. Bei Vergiftungserscheinungen als erste Hilfe und dann schnell zum Tierarzt kann Juwel Vital durchaus sehr hilfreich sein. Durch die besondere Zusammensetzung kann das Juwel Vital auch schon bei Welpen eingesetzt werden, um den Wurf und die Hündin in kränklichen Situationen zu unterstützen. Für Katzen ist das Juwel Vital nicht geeignet, allerdings können sie mit dem Ergänzungsfuttermittel auch Nager wie Kaninchen durchaus weiterhelfen. Das Juwel Vital kommt in einer praktischen Tube, wo sie mit einem Rädchen die passende Gewichtsdosierung einstellen können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie uns gerne ein Herz und folgen uns für mehr Videos. Bei Fragen oder für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie mich gerne per WhatsApp.